Hi, hier ist René für Style Ranking, immer noch hier vom Live-Casting, offenem Casting hier in Düsseldorf vom Melilla Hotel. Und ich habe jetzt neben mir eine hübsche junge Dame stehen und kenne auch gar nicht ihren Namen. Wer bist du denn eigentlich? Ich bin Theresa. Und Theresa, wie alt bist du? Ich bin 20. Und wo kommst du her? Ich komme aus Gerlangen. Aus Gerlangen, wo ist das genau? Gerlangen ist in der Nähe von Triefeld. Ah, also gar nicht so weit weg. Was bewege ich dazu, das zu machen? Hast du schon mal gemodelt? Nee, ich wurde von einigen Drogen schon angesprochen, die aber nur Hobby-mäßig das gemacht haben. Und ich wollte halt schon mal für mich ein bisschen gemacht oder sonst gar nichts. Aber ich werde halt oft gefragt, ob ich das nicht mal machen möchte, weil ich halt ausgebildet habe. Hast du ein Idol, wo du sagst, dem eifere ich nach, zum Model-Bereich? Ich finde die Lena aus Ersten-Chuffel. Die ist sehr gut. Die hat einen sehr guten Charakter und ist mir sehr, sehr gut. Bist du alleine hier oder hast du auch Frauen mitgenommen? Ja, die steht auf der anderen Seite. Okay, und die drückt dir die Daumen und macht nicht mit? Also traut sie sich nicht? Nee, sie ist ein bisschen zu klein. Also sie ist ein bisschen zu klein, okay. Und was erhoffst du, also wenn du jetzt hier nicht inschaufst, meinst du die Konkurrenz ist groß? Ja, das sieht man ja auch schon. Ja, nicht nur groß von der Großheit. Meinst du, hast du gute Chancen auch in Recall zu kommen? Das hoffe ich. Ich weiß es nicht. Also es sind schon viele hübsche Mädchen dabei. Also wir drücken dir die Daumen, du siehst dich dann auf stylranktinger.com und wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg. Danke. Ciao.